Am Anfang war es für mich auch so schwer, mich zu integrieren. Ich habe manchmal Briefe bekommen, ich weiß nicht, wie es geht. Gott sei Dank, ich habe Leute getroffen, die haben mich immer geholfen. Und danach habe ich gesagt, warum kann ich auch nicht anderen Leuten helfen. Mein Name ist Romba Ali, ich bin 27 Jahre alt. Ich betreue Leute, die Probleme haben mit der Sprache und ich bin fast jeden Tag tätig. Durch Krieg, bei uns gab es keine Perspektive. Hier in Deutschland kann ich mehr Chance kriegen. Ich weiß, wie das ist, wenn jemand Hilfe braucht. Ich habe das erlebt, du weißt nicht, was du machen sollst. Aber wenn jemand dabei ist, der dir immer helfen, geht das einfach. Was mir gefällt, ist das Gefühl, du hast etwas geschafft, jemandem zu helfen. Ich finde das toll und ich mag das gerne. Wenn du Hilfe bekommst, du musst das zurückgeben an jemand anderen. So muss das sein. Das Herz schämt, du bist es제� proced gerade. Ja, ich bin ein Lygu. Jeder hat sich gerne. Ich bin ein Lygu. Ich bin ein Lygu.